Hallöchen meine Lieben und Willkommen zur neuen Folge Jurassic World. Ich bin ein bisschen durch die Karten gehüpft und habe ein paar Fossilien gesammelt. Mit denen gehe ich jetzt auch voll bepackt nach Isla Pena. Hier war es nicht, sondern hier habe ich schon sehr viele Fossilien. Sehr viele mit 200.000, ein paar Stücken mit 360.000. Können wir machen von mir aus. Und dann habe ich noch ein paar hier in der Warteschlange, die kann ich noch nicht. Ich kann die leider noch nicht wieder wegschicken, weil die können noch nicht zurückkommen, weil ich hier nur zwei Plätze frei habe und die haben mit Sicherheit mehr Fossilien dabei als nur zwei. Deswegen muss ich überlegen, was war das Letzte, was wir gemacht haben? Ich glaube, ich weiß gerade nicht, ob ich das Gehege schon gemacht habe. Auf jeden Fall. Ach nee, wir haben einen Tropensturm, glaube ich, bekommen, ne? Äh, nicht einen Tropensturm. Einfach einen Sturm. Okay, also müssen wir da dann aufpassen. Ich glaube, ich bin kurz vorher da dann weg. Alles klar. Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. Ich glaube, ich war schon mal drüben und habe meine Fossilien abgeladen, weil wir zwei Millionen haben. Ja, ja. War doch Isla Pena, ne? Nicht, dass ich jetzt auf die falsche Insel gehe, ich glaube schon. So, jetzt muss ich, wir müssen uns jetzt erstmal um den Sturm kümmern und währenddessen kann ich gucken, was ich machen wollte. Hoffe ich. Wir sind immer noch im Minus. Oh Gott, ich sehe es schon. Warum wird er so angezeigt? Ich hätte gerade überspringen können, aber das sah gerade so cool aus irgendwie. Ich kann dagegen eh nichts tun. Ich kann nur gucken, wenn irgendwas kaputt ist. Okay, hier war die Brut. Hier haben wir schon einen drin. Und er hat was kaputt gemacht. Alles klar. Ähm. 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 Oh, das sieht voll cool aus. Aber, ach Gott. Wo habe ich denn meine Ranger? Habe ich schon eine Ranger-Ratübe? Ihr müsst kurz was machen. Und zwar irgendwie hier so... Verdammt. Kannst du bitte mal weggehen? Hallo? Noch einmal Geld. Ich würde mir ein... bei das Team kaufen. Einfach nur. Es lohnt sich nicht, weil... Obwohl, die sind... Die sind auch alle kaputt, ne? Das ist kaputt, oder? Wo ist denn mein erstes Auto? Oh oh. Aber das war... Das war der Zaun hier oben, ne? Ich kann das aber nicht reparieren. Hier ist ja eh noch nichts drin. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich. Du kannst das noch reparieren. So. Dann mache ich hier kurz, ähm... Gott, endlich wieder ruhig. Planum... Planum. Äh. Planum. So. Nummer eins. Aufgabe hinzufügen. Du. Reperierst das, reperierst das, reperierst das. Reperierst das. Und hier habe ich nichts mehr. Moment, ich muss mich kurz kümmern. Aber... Moment. Hier ist noch kein Dino drin. Hier vorne ist alles gut. Hier vorne ist alles gut, ne? Yes. So. Hier ist außer Strom, weil wegen hier so und Krankheit ausgebrochen. Hier ist was bestätigt. Okay, alles gut. Äh. Die noch reparieren. Äh. Und du kannst... Nee, kannst du noch. Äh. Du kannst dann das da gleich füllen. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht fertig gemacht, oder? Kann das sein? Weil ich hatte, glaube ich... Nicht so viel Geld. Habe ich hier ein Ding gemacht. Wollte ich hier noch was reinmachen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier wollte ich Dinos reinmachen. Kann das sein? Ähm. Sieht so aus, als hätten sie alles unter Kontrolle. Ach, das ist bezweifelig. Das sieht hier komisch aus, aber das mache ich irgendwann noch schön, wenn ich Geld habe. Äh, wenn ich irgendwann mal Geld habe. Ich muss halt Dinos weg. Ich muss halt Dinos irgendwo hinbringen, weil... Sonst würde es hier nix. Ähm. Lass mir die Gali Mimimi frei. Und die würde ich dann hier reinmachen. Ein Gali Mimus. Dr. Grant war von ihrer letzten Kreationen begeistert. Er war der Meinung, dass dieser Dino einer der nächsten genetischen Verwandten der heutigen Vögel war. Ich bin nicht so aus, als ob Sie hier verrunden können. Ah, ich bin noch nicht so aus. Wenn Sie mir nicht so aus, als ob Sie hier noch nicht verrunden sehen, dann kann ich mir nicht so aus. Ich bin so aus. Ich bin ein sehr gut aus. Ich bin so aus. Ich bin so aus. Warum... benötigt Strom? Bist du kaputt? Achso. Das brauch ich noch. Warum seid ihr ohne Strom? Wo kommst du denn her? Du kommst von da. Wieso kommst du von da? Warte mal kurz. Ich muss kurz... Du kommst von da. Ist noch was kaputt? Ah da. Hey, du hast es nicht repariert. Repariert musst. Wieso? Ach, du kannst nicht, weil... ja. Ich sehe. Jetzt müsstest du. Perfekt. Ich weiß nicht, ob der gerade das da weggemäht hat, wo ein Tor war, aber der kommt hier nicht raus, weil hier in dem Gehege kein Tor mehr ist. Deswegen... ähm... ja. Nicht ganz so klar. Nicht ganz so klar. Wo ist ne zweite? So... Und hier wollte ich ganz gerne den Tyrannosaurus hinmachen. So. Den haben wir ja schon gebrütet. Vielleicht kommt da ein bisschen Geld rein. Um... Uh... Um... Produkt unterwegs. Wir haben halt hier so ne lange Strecke, ne? Wo... äh... wo einfach nix ist. So, die beiden werden... beide? Ja. Dann kann ich den hier rauslassen. Hallo. So. Muss ich gucken, wie es denen geht dann. Sozialkestand... okay, würden noch mehr gehen. Alles gut. Bei dir ist aber... nicht alles gut. Ja. Bei dir ist das komische Zeug, da wird er mit den Devil fast gar keinen Wald. Ich hoffe... Das reicht dem aus, aber... Ich kann nach hinten erweitern, ist ja nicht das Problem. Hier auf der Insel brauche ich auf keinen Fall nen Bronto. Äh, nen Brachio. Haben wir Brontos überhaupt schon? Oh, der lag aber schnell. Äh... Der Hinterfuß. Ich dachte zuerst ist das... Die haben... Die haben kleine Arme, das muss ein langer Arm sein. Das ist der Hinterfuß. Ist der nicht gebrochen? Ach du meine Güte. Ähm, heb den mal bitte schnell wieder auf. Das sieht nicht gesund aus, was der hier macht. Das sieht echt nicht gesund aus. Ich hätte den gerne hinfliegen sehen. So. Wo ist denn mein kleines... Wo ist denn meine Ziege hingelaufen? Oh, nach hinten läuft sie. Sieht man die eigentlich auf der Karte? Nee. Nee. So. Muss ich gucken. Wenn der dann drüben drin ist... Wo ist denn mein Metriacanthosaurus? War doch der glaube ich, ne? Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin, dass hier irgendwas Neues sein. Hier. Na du? Na du? Du versteckst dich hier. Aber sonst geht's dir gut, ne? Alles in Ordnung. Er ist zufrieden. So. Ach, transportieren wir ein bisschen schneller. Na, wie geht's euch? Ich bin eigentlich ständig nachts. Ist so dunkel. Da finde ich ja... Die... Die... Die Mimus irgendwie schöner. Oh Gott, fliegst du langsam. Ist der so schwer? Hier habe ich noch zwei... Da habe ich noch ein bisschen... Da habe ich auch noch. Ich muss gucken, wie das Geld dann hochgeht, wenn er hier dran ist. Aber der fliegt so langsam. Wir können ja mal gucken wegen... einem Auftrag. Ein weiterer Auftrag. Kann ich machen. Sie können ihn sicher ansehen, oder? Besucherschutzräume. Wenn ich die bauen kann, mache ich das sehr gerne. Ich glaube ich. Warte mal, ist hier... Ich sehe das immer nicht, wenn das hier so rumblummert. Kann... Ich gehe den Berg hoch. Kann ich einen Besucherschutzraum hinbauen? Da hinten... Ich sehe immer nicht, wo schon einer ist und wo nicht. Hier wird einer gebaut. Alles klar. Dann... Da hinten haben wir noch keinen... Oh, ich war... Ich bin kurz... äh... rausgetappt. Entschuldigung. Hier haben wir auch noch keinen. Äh... Hier ist irgendwie verschwindeter Platz. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Hatten schon... Fertig? Okay. Ach Gott. Fahrzeug, wir haben ja auch mal einen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben hier in der Wissenschaftsabteilung ist, eine lebendige und vielfältige Auswahl an Dinosaurierarten für den Hartz zu erschaffen. Sie könnten uns dabei helfen. Betrachten Sie das als Angebot. Beschaffen Sie mindestens 85 Prozent der benötigten Dinosaurier genommen. Lassen Sie jeden diese Dinosaurier frei und sorgen Sie dafür, dass die Pflanzen und Fleischfresser in getrennten Gehegen untergebracht werden. Gali, können wir noch welche machen? Haben wir gerade sowieso? Kasmo oder Chasmosaurus? Kasmosaurus? Ich nenne mal Kasmosaurus. Deinor. Oh, Deinor nicht. Der Medriacandro habe ich ja auch. Das ist alles fett. Oh, 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 oh. Ja, ja. Mhm. Wir haben Gewinn. Zuerst müssen wir neue Dinosaurier ausbüten, um sie dann aufzuteilen. Klar sollte es einfach sein, sie auseinanderzuhalten. Tipp. Diejenigen, die einem die Hand abbeißen wollen, sind keine Veganer. Tipp. Gute Arbeit. Sie haben den Auftrag erfüllt. Hoffentlich wird uns das, was Sie mitgebracht haben, keine Probleme bereiten. Was habe ich gemacht? Oh, 30.000, das wäre so schön. Ach man, jetzt lasse ich mich doch machen. Ich sage nicht, dass Sie diesen nächsten Auftrag annehmen sollten. Aber nur ein Narr würde ihn sich entgehen lassen. Mache ich sonst lieben gerne, aber jetzt muss ich kurz mal... Ihr macht mir ganz ueinander. Was wollte ich denn? Mensch. Nee, warte. Ich wollte erst gucken. Hier. Sicherheit könnte ich. Äh, Unterhaltung. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Wer hat einen neuen Auftrag? Dieser Typ. Wie geht's denn überhaupt? Das hab ich gar nicht geguckt. Ist mit dir alles okay? Äh. Nein, es ist nicht. Zu wenig Grasland, zu wenig Wald. Warte, dann hab ich geguckt. Ja, ich meinst du zu viel Wald. Immer noch zu viel Wald. Ja gut, ich kann auf den Wald mal kurz ganz dick machen. Ähm. Äh. Ich glaube ich muss ein bisschen größer machen, hm? Ja, jetzt ist das da. Du bist gerade genervt. Na, ich sieh's. Ich weiß schon. Du bist wahnsinnig genervt. Hm. Du bist da oft damit. Hörst du auf damit? Dir geht's wieder gut. Hörst du auf damit? Wegen dir muss ich das alles reparieren. Dir geht's wieder gut. Guck. Ach, du bist so ein... Follow-on. Dir geht's wieder gut. Pongel. Da hinten. Was da dann keiner. Da kannst du hinlaufen. Aber da passt alles. Was die immer für ein Riesending hier brauchen. Da hinten hat er wenigstens ein bisschen was zum Verstecken. Und... Du solltest lieber fressen, anstatt hier rum zu rennen. Weißt du das? So. Was war jetzt? Gali Mimus. So würde ich sagen, machen wir das da erstmal. Brüten. Gali. Wir haben ja ein bisschen Geld. Ähm... Gali Mimus. Was war... Ähm... 85. Haben wir auf 100. Kein Problem. Hatten wir schon wieder gepläunt? Mach mal einfach, ich würde eh... Weiß es noch nicht. Warte mal. Hier ist es drei und... Das ist immer auf 55. Wenn ich das jetzt anwende, das ist 45, dann ist das 5... 80. Ich... Ich probier's mal. Ne, wie schief gehen kann, ist das. Und dann... Will ich aber gerne... Einmal mit dieser Fergung... Mach das dann mal wieder weg. Ähm... Verdammt, das hab ich schon weggemacht, ne? Hab ich schon weggemacht? Dann mach mal nochmal den. Warte. Wenn ich mach mal einfach dreimal den gleichen. Oder zweimal den gleichen. Brauch mir noch einen. Achso. Ja, dann machen wir nochmal den. Weiß nämlich gerade nicht mehr, was ich bei den anderen hatte. Warte mal, den Rex muss ich... Ja... Den Rex muss ich wieder... Ja, da hinten war ja Gott sei Dank keiner. Die haben den ja repariert, ne? Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Perfekt. So, ich brauch jetzt noch... Einen. Eww. Du kannst schon mal. Hier geht, glaub ich... Oh... Selbst hier, wo nix ist, ähm... Sind die zufrieden. Das ist ja witzig. Dann warte ich, bis die anderen draußen sind. Metriakantosaurus. Ich frage mich gerade. Der will ja ganz alleine sein. Für sich. Ob ich den der Verkauf und dann neun mach. Was haben wir denn für... Werbungen? Metriakantosaurus. Ich geh nur modifizieren. Wir haben nur die, ne? Die sah ziemlich schick aus. Sah wirklich ziemlich schick aus. Wie viel hat der Lebensfähigkeit? Wie viel hat der? Lebensfähigkeit 23%. Ach, das war das, wo wir gehofft haben, dass es geht, ne? Ja. 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 Das war nicht so hoch. Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Machbar, sage ich. Von ihnen. Müsste ich den jetzt circa halt verkaufen, ne? Ne, machen wir nicht. Ich will erstmal, dass hier alles schön läuft. Ich wollte gerade sagen, wir sind glaube ich wieder im Minus, weil der Rex draußen war. Weil der Rex draußen war. Aber ihm geht's jetzt gut. Der dürfte jetzt eigentlich nichts machen. Und hier ist so dunkel. Immer blöd für meine Thumbnails bei YouTube. Sehr gut. Perfekt. Dann. Ähm. Planung. 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 So. Muss einfach sein. Äh, ne, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Pam, 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 pam. Jo. Können wir den Chasmosaurus schon? Ah, warte mal. Ah doch, passt schon. 85. Und es hat ja abgeracht. Ich habe mir gerade überlegt, aber das ist ja Lebensfähigkeit. Genom ist ja hier oben. Passt schon. Chasmo, Chasmo. Der da, ne? Glaube ich. Machen wir erstmal. Machen wir normal. Können wir den an dem modifizieren. Oder hat zwei Farben. Das ist schick. Der da ist schick. Guck halt immer auf die Bewertung. Zweimal. Ich weiß nicht, wo ich den hinstecke. Das wird dann noch so eine Frage. Naja, ich habe keinen gewinn, aber das weiß ich. Ist okay. Also ist nicht okay, aber... Warte. Näää. Warte. Warte. Dann sind ja jetzt zum Schade. Säme щadetチャンネル. Zum Schade. Uhh. Wie geht's dir hier? Alles gut, ne? Die Ziege! Oh nein, die Arme, ey. Das ist noch die zweite. Oh Gott, oh Gott. Das ist so bitter, wenn die neben dem herren. Geht die schon runter oder ist das noch oben? Wer will nicht im Showbusiness sein? Mit diesem Auftrag können sie der Unterhaltungsabteilung jedenfalls helfen. Einen großen Pflanzenfresser. Großen Pflanzen. Äh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, eventuell. Das sind halt schon alle... Alle, alle. Was war nochmal Polakantus? Ich weiß schon gar nicht. Aussieht hier. Aber sie haben es ja nicht weit. Wie sieht es hier aus? Alles gut. Was haben wir denn noch? Metriakantus. Ja, der braucht zwei Millionen, ne? Den, den wir jetzt haben. Wenn ich den erst verkaufe und dann mache, dann sinken wir dann meine Umsätze. Noch als, äh, halt noch mehr, äh, als jetzt. Deswegen kann ich denn die Camara? Aber die darf ich, glaube ich, nicht im selben Gehege haben, ne? Warte mal, wie viel Grasland... Ihr braucht eigentlich nicht viel Gras und nicht viel Wald. Nicht euch. Also, nur so eine... Nur so eine Frage. Da könnte ich... Der ist jetzt gerade da hinten halt, ne? Das tut mir so wahnsinnig leid, gerade. Ähm. Äh. Wollt ihr... Halt so mal kurz hier vor? Wahrscheinlich gehen die anderen Rinder. Ihr könnt gerne mal hier vorgehen. Hier gibt's, äh, was zu futtern. Ich will kurz was testen. Hm. Ich hab den einfach mal... unter die Füße. Ja, 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 ja. Ja. Komm. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Äh. 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 Ja. Ich muss nur gucken, wie viel er braucht. Wenn nicht, muss ich das ein bisschen größer machen. Ich mach hier gerade ein bisschen... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was war? Warum war das unten? Immer krank? 100. 100. 100. 100. Oh Gott. Nein. Nein. Keine Kampf-Siege und nix. So, wie geht's dir? Oh Gott, Bestand. Ähm, 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 ähm. Oh Gott, reichen da schon zwei? Ich glaube, es reichen gar keine zwei. Guck mal, wenn ich das so angucke. Ähm. Schnell, bitte. Aber was brauchen... Ist das Tor offen? Ne. Was brauchen denn die so, ähm, Grasland? Grasland? Wald? So, könnte, könnte, ne, knapp werden, aber könnte gehen, ne? Warte mal kurz. Äh, ja. Ich dachte schon, ich mach das hier kaputt, weil das wär ein bisschen blöd. Das wäre du. Warte mal, es war ein bisschen blöd. Warte mal, alles gut, alles gut. Alles gut. Ah, jetzt weiß ich, warum ich das so schief gemacht habe, weil es hier nicht geht. Ha, ha, ha. Ja, okay, dann muss es so schief sein. Oder wir machen es aber so. Ja, da war es. Ähm. Nein. Wir müssen halt das immer mit betäuben, wenn man so ein Zentralis hat und die dann verlagert, ne? Hier geht's gut. Das ist sehr, sehr schön. Hier geht's auch gut. Euch geht's auch gut. Muss ich halt gucken. Oh. Was euch dann hier geht, ne? Komm, wir sind keine Bäume in der Nähe. Wollte Gott sagt. So. Ach, wie sind wir denn bloß? Oh Gott, oh Gott. Um die Gästezahl kümmere ich mich dann gleich. Ich muss erst mal, ich muss erst mal. Mal gucken, ob ich die dann hier... ...da hier oder ob ich... ...wird das dann rüber geht, weil es kostet ja wieder Geld. Oh Gott, dauert es langsam. Äh, dauert es langsam. Dauert es lange, wollte ich sagen. Dauert es langsam? Oh Gott, was ist denn mit euch? Eine geile Herde. Oh, wie schön. So, wie geht's Ihnen? Ja, der Bestand ist halt scheiße. Aber sonst... Na, eigentlich alles gut, ne? Perfekt. Du musst jetzt nur ruhig sein. Du bekommst klar. Ich hole noch schneller. Ich glaube... Das geht immer noch... Ja. Noch einen. Noch einen. Wieso zeigt es mir jetzt zwei an, wenn ich drei brauche? Das ist doch ein Witz. Oh Gott, Besucherzahl? Ach so, wegen Dinos hier. Ja, ach ja. Aber ich brauche den hier. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Unbedingt. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber ich mach einfach mal kurz. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Das zeigt es mir auch noch an, wo ich stehe. Ich könnte gerade reingucken, aber... Was habe ich denn neu? Die Bar... Die war doch im... In der vorherigen schon. Die musste ich verkaufen, weil ich Geld brauchte. Wo können wir denn hier eine Bar hin machen? Hier? Hier hinten? Hier hinten? Dann mach ich lieber ein Gehege hin, oder? Können wir eine Bar hin machen? Hier passt nix weiter hin. Machen wir hier eine Bar hin? Hier könnte man noch ein Gehege vielleicht hin machen. Hier passt nix weiter hin, glaube ich. Hier ist doch cool. Was können wir hier noch hin machen? Spielhandel? Ich habe keine Ahnung, eventuell. Eine Fossilien. Jaaa. So, so. Schnell, 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 schnell. Schnell. Ich kann nicht ramponieren die gleich schon wieder. Oh Gott, es kommt gleich raus und wird gleich... Und wird wieder... Noch ist es okay. Die... Die brauchen ziemlich lange... ...bis sich die Scheiße fühlen. Oder die Hälfte. Ist schon mal gut. Bisschen Zeit habe ich noch. Oh, das Arme. Stell dir mal vor, du kommst hier gleich neu raus und dann wirst du schon gleich bewusstlos geschossen. Oh Gott, ist hier eine Delle drin. Wegen dem Ding hier. Oh, 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 oh. Jetzt habt ihr... Jetzt habt ihr Freunde. Ich hoffe, ich kann dir jemand mitnehmen, aber hat er hier auch funktioniert? Hier sind ja auch mehr drin. Ne, das passt dann schon. Und dann muss ich... Ich weiß halt nicht, wo ich ein Dainonichus hinmache, weil... Die brauchen, glaube ich, auch ein großes, ne? Man brüten kann ich ja schon mal einen, aber... War der alleine? Geht's dem auch ganz alleine gut? Ich weiß es gerade gar nicht. Dainonichus, Dainonichus... Wo ist denn der? Da. Oh Gott, das sieht schon so gut aus. Ouh. Wir haben momentan Gewinn, ne? Habe ich da irgendwas komisches modifiziert? Ich möchte den mal Standard. Habe ich den... Habe ich nicht. Lebensfähigkeit 100. So ist er normal, oder? Belastbarkeit. Gute Verdauung. Intuitives Lernen. Verteidigung. Ne, aggressives Verhalten mache ich mit Sicherheit nicht. Habitat. Wer hat die der Zähne? Alles 2.0. Belastbarkeit. Gibt's ja auch irgendwie so ein... Sei lieb gehen. Jetzt sind alles nur diese... Stufe. Ach ja gut. So, jetzt müsst's euch super gehen. Genau, es geht hoch. Perfekt. Das finde ich schön. Ich habe ein neues Angebot, das Sie sich ansehen sollten. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich weiß nicht, ob ich das... Warte mal, warte mal. Das andere brütet. Brütet. Das brütet. Hier ist nix los. Ich hab noch keine Gäste, die da hinwollen. Ich hab keine Gäste, die da hinwollen. Blöde ist halt da vorne... Ist halt auch nix, ne? Man hat hier... Warte mal, Betriebsgebäude, ähm... Ich hab' hier... Total eng. Dann kannst du hier überall nichts hinmachen. Hier könnte ich dir noch was hinmachen. Aber... Hab' ich da gerade... Hab' ich da gerade... Hab' ich mir schon. Fast Food Restaurant. Hier vorne eventuell noch was... Anderes. Fast Food. Fast Food Restaurant. Fast Food. Fast Food. So wie mir laden. So wie mir... Vielleicht geht's ja hier besser. Keine Ahnung. Hier bräuchte ich, glaube ich, Strom, ne? Ich kann das. Hier ist halt nix drin, ne? Nix. Ah, hier können zumindest ein paar, hier zwar nicht, aber hier gehen ein paar Leute rein. Ist doch schon mal schön. So, was haben wir denn? Habe ich schon alles gemacht, ne? Ja, perfekt. So, laufen ein paar Leute rum. Wo könnte ich denn jetzt noch? Ja. Ne? Ja, doch. Die kannst du auch mal aufsehen. So, könnte ich denn hier essen? Ich wollte sagen, Giga. Ich bin voll, ich bin voll im Giga. Da hinten? Aber das ist so verschlängelt, ne? Und hier ist nicht wirklich groß. Die Frage ist halt, ob er da hinten komplett hier reinpasst. Woanders habe ich ja eigentlich keine Möglichkeit. Ich muss ja alles nutzen, ne? Wenn man es gleich hier ran macht. Hier kann ich es mal. Ich meine, ich muss ihn ja irgendwo hin stecken. Ich muss ihn irgendwo hin stecken. Ich mach hier einfach so, so groß wie es geht. Das sieht zwar echt bescheuert aus, aber ich muss erst mal gucken, wie groß der das braucht. In Not nutze ich hier wirklich das ganze Zeug hier mit. Jetzt war halt echt scheiße aus, ne? Aber ich muss erst mal. Der sieht so leise aus. Ich hätte das da vielleicht so lang ziehen können. Hätte ich. Hätte, hätte, hätte. Vor allem, wo macht man? Und wo? Ich hab glaube ich nicht das Geld um. Hier hab ich noch. Nee, hab ich nicht. Das Problem wird sein. Ich muss das hier so machen. Weil. Ich brauch noch einen Platz für das hier. Unterhalb und da sehe ich aber trotzdem nicht alles. Wenn ich weiß, wie viel. Oh nein. Voll der Graf. Ich muss verrückt. Und wir bekommen jede Menge davon. Dann würde ich sagen, ich mach hier schon mal für die Folge Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. wieder mitten im Sturm zu beginnen. Aber wir haben schon 44 Minuten. Dann glaube ich gar nicht weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.